Oh, ich dachte gerade, ich kriege im Steam die Antwort. Das wäre jetzt gerade merkwürdig gewesen. Der Erste, der antwortet. Jörg Rundi ist gut. Thanks. Okay, dann gebe ich ihm noch kurz ein Match. Der Typ war nett. Von daher machen wir das einfach mal. Ob ich ihm hätte sagen sollen, dass ich streame? Ach so, was mir gerade einfällt. Die 3 ist nur da, wenn auch jemand anders da ist. Weil eigentlich wird nur der Nightbot gezählt und du. Ich zähle ja nicht in die Viewerliste mit rein. Ah, noch ein Martian Manhunter. Okay. Great Hall. Nehmen wir die mal. Mal gucken. Ah, okay. Ich kriege es ja eh nicht, stimmt ja. Oh, Martian Manhunter. Ich will defend die Erde. Okay. Beginnen. Wow. Wie hat denn das jetzt gerade nicht funktioniert? Okay. Da war ich zöner. Okay, das verstehe ich echt noch gar nicht, was da passiert. Aua. Okay, das tut weh. Okay. Aber. Ich habe keine Ahnung, was der Charakter kann. Deswegen ist das gerade ein bisschen merkwürdig. Oh, er meditiert. Schön. Wow. Okay, der Typ hat einen Airdash. Das wusste ich eigentlich vorher schon. Okay. Ja, lol. Natürlich. Okay. Puh. Wow. Okay. Wow. Ich glaube, das war ein Command Grab. Das ist fies. Bäh. Er gewinnt, also macht er sich nackt. Okay. Ich will jetzt nicht wissen, was danach kommt. Ja, dann sieht er es besser mit einer Weltkugel. Richtig so. Cyborg. Oh, mit Teen Titans. Ups. Die Great Hall. Hall. Hall of Justice. Na mal sehen. Ah, komm schon. Okay. Das war der nicht. Okay. Dadurch habe ich einfach noch überhaupt keine Reaktion. Okay, das war ein. Komm mal. Das war ein. Okay. Ich hasse es. Wow. Ich hasse es. Ich dachte, ich kriege es vorher noch raus. Okay. Ich hätte vielleicht einfach blocken sollen. Meine Schuld. Das war nicht das, was ich eingegeben habe. Eigentlich hatte ich das eingegeben. Wow. Warum kriege ich immer das Ding, den Trade nicht mehr hin? Irgendwie. Geht doch. Okay. Mega. Komm. Ich benutze halt einfach mal drei. Wow. Dürft das so weit? Okay. Wow. Ich hasse es. Okay. Ich habe auf jeden Fall noch Probleme, schnell zu reagieren. Weil ich noch zu sehr an meinen eigenen Charakter denke. Aber ich meine, hey, ich habe einmal gewonnen. Und das gegen Level 112 war. Der wahrscheinlich irgendwo... ...ganz oben auf der Dings ist. Ah, okay. Okay. Gehen wir ihm noch einen fünften Win. Und dann... ...gehe ich in Ranked rein. Solomon Grundy macht Spaß, muss ich sagen. Eigentlich hatte ich überlegt, Raven zu spielen. Oder... Okay, was noch? Raven oder... Raven oder... Na los. Wie war es denn? Keine Ahnung. Achso, Green Lantern. Genau. Oh Gott. Ich habe gerade auf mein Hintergrundbild am PC geguckt... ...und habe es noch immer gesehen. Weil ich da drei von den grünen Laternen habe. Wow. Das war merkwürdig. Okay, das war noch bescheuert. Wow. Okay. Das war mal komisch. Okay. Hier kann man also ducken. Wow. Das kann man nicht ducken, logischerweise. Warum bin ich gerade gesprungen? Okay. Der Cross-Dore. Oh Gott. Reicht die Armor? Okay, die Armor reicht nicht. Ach. Wake up super. Wir lieben es doch alle. Warum sie das zensiert haben, verstehe ich auch noch nicht. Aber egal. Wow. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Wow. Wow. Okay. Okay. Könnt ihr mal bitte aufhören, zu mir zu rollen und dann einfach nur irgendeinen Scheiß zu machen? Alter. Wow. Okay. Ja, komm. Jetzt macht er immer nur noch dasselbe. Alter. Fuck you. Nein. Das wollte ich. Und danke, dass du den Grab nicht mehr machst. Alter, ich hasse das Spiel. Und ich dachte, das Cross-Dore. Okay. Ah, Mann. Panicking. For the win. Performer character power 100 times. Zero card portrait. Okay. Nicht schlecht. Ah, Moment. Ich muss einen Raum verlassen. Okay. 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 Ich muss einen Raum verlassen. Dieй Augen verlassen. Und dann, ob ich mich nicht mehr, weil ich mir jetzt schnell... Oh, hörst du. Okay. Ich kann mit einem Gerät aus. Ich kann mich jetzt mal einmal anerkennen. Oh, ich muss mich nicht mehr als Gerät aus. Oh, ich bin ja lange. Oh, ich bin ja, wenn du jetzt hier mal aus. Ich habe es mir nicht mehr als Gerät aus. Oh, ich muss mich nicht mehr als Gerät aus. Oh, ich bin ja. Aber erst gucke ich nochmal bei der Hero Card rein. So, Icon. Gibt es eigentlich noch ein neues? 10 Stunden im Practice Mode. Müsste ich eigentlich fast haben. Und 5-Player-Matches. Das ist irgendwie dämlich, die Hand. Alles Schwachsinn. Und hier? Was habe ich hier bekommen? Schwachsinn. Okay. Okay. Das ist schön. So, Rank Match. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Wow, okay. 1400 Wins, 400 Loss. Warum nicht? Fühlt sich in Ordnung an. Na los, Junge. Dankeschön. Wins, 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 Wins. Wow, das funktioniert nicht. Okay. Wow, okay. Okay. What the fuck? Okay. Okay. Wow. Wow. Okay. Hä? Wo habe ich denn da nicht mehr geblockt? Wow. Fuck you, Alter. Ja, das war so arschklar. Oh, Batman wins. Hach. Aber was soll's. Hach. Oh Mann, das ist so lächerlich. Na los, finde was. Das sieht mir doch in Ordnung aus. 0,3. Falls die Verbindung in Ordnung... Ah, okay. Na doch, das ist vollkommen in Ordnung. Mich hat's nur grad gewundert, dass ich am Player 1 Seite bin. Ich dachte grad, oh mein Gott, das dauert ja ewig, bis sich das bewegt, weil ich halt runtergedrückt hab ein paar Mal. Oh Mann, nicht Bad Cave. Äh, und... Irgendwie, keine Ahnung. Zehn Sekunden später oder so hat der dann sich erst runterbewegt. Aber ich hab auf den falschen Körse geguckt, wie fast immer. Oh man. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Was macht der denn? Junge, der macht ja gar nichts. Ah, okay. Also irgendwie... Oh. Junge. Oh mein Gott, er ist fast noch gestorben. Egal. Ich habe hier so einen großen Vorsprung, dass es mir jetzt ziemlich egal ist, was er jetzt gerade macht. Und ich meine, er versucht es nicht mal zu blocken. Also irgendwie... Ja. Yay, lucky break. Fotos of Solitude, unlocked for mobile. Win 1 Ranked Match. Und jetzt muss ich eigentlich noch einen Skin bekommen. Yay, you have just unlocked the Yellow Lantern Costume. Wobei ich Green Lantern erstmal nicht spielen werde, glaube ich.